Die Spezialdose rollt nach unten, zieht an der Schnur, damit der Danny Starter öffnet und der Danny über die Rampe und die Karten gegen die Flacheisen fährt. Das kippende Blech schubst die Grippzange um und öffnet das Wagenheberventil. Der Wagenheber senkt sich, das Gitter kippt nach vorne, das Rohr fällt runter auf den Scooter, die Erschütterung löst das Kabel, das schwingt nach links auf den Handbohrer, der schwingt nach rechts auf den Regalhalter und schnickt eine Schraube unter dem Hammer raus. Der Hammer kippt nach links, zieht an dem Draht, der hängt sich dann aus, die Fässer rollen dann in die Gegenrichtung zurück, stoßen an den Hammer, der auf die Milchtüte haut. Durch den Luftdruck wird ein Schraubenzieher rausgepustet, der fliegt auf die Zielscheibe und die schwenkt dann herum. Der Inbusschlüssel löst die Rattenfalle aus, die öffnet die Verriegelung der Druckluftflasche, die hebt ab und hebelt die Schraubzwinge aus. Die Luftbumpe senkt sich, drückt über den Hebel die Sperre vom Gebäckträger auf, der Gebäckträger schließt sich und drückt somit auf die Pedale. Das Fahrrad fährt nach vorne, löst über die Hebelei den Akkuschrauber aus, der steckt vorne fest, dreht sich also selbst und klopft somit die Sperre vom Hinterrad raus. Das Hinterrad dreht sich rückwärts, dadurch auch die Pedale, an der ist der Meisel befestigt und erhebelt die Dose auf. Der Dosenöffner ist so gebaut, dass man die Dose einfach reinsteckt, die Halter dran macht, die Dose wird aufgehebelt, Klemmungen entfernen, Dose entnehmen. Jetzt kommt der ganze Ablauf als One-Take ohne Schnitt und Veränderung. Die Startdose ist keine handelsübliche Red Bull Dose. Sie hat von mir eine Spezialbehandlung bekommen. Zum einen, für den Grip auf der Unterlage sind ein paar Fahrradschläuche aufgezogen, die zwei Streifen, die schwarzen, und die Füllung ist mein Geheimnis. Das ist ein Rzeuge, die zwei Strecken, die drei Spinen machen zusammen. Es war für den Grip auf der Unterlage ist, das ist eine Angelegenheit für die Sperre. aber es war für die Runde. Ich habe auch für den Grip auf der Unterlage ist, dass ich die Runde anschauen habe. Um Grip auf der Unterlage ist, dass ich die Zeit und die Runde seufze, Vielen Dank.